Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem DL-Spiel des ERC Ingolstadt gegen die Augsburger Panther. Endstand in der ausverkauften Saturn-Arena 2 zu 1 für den ERC. Ich darf beide Trainer vorstellen, zu meiner linken Gästecoach Trey Thomi und zu meiner rechten wie immer Tag Schetten. Das erste Wort gehört natürlich den Gästen. Herr Thomi, Ihr Statement bitte. Erstmal guten Abend und Glückwunsch an Tag und Ingolstadt. Hat ein umgekämpftes Sieg für die. Ich fand es war ein spannendes Spiel. Beide Torhüter waren wirklich gut. Also viele Chancen bei beiden Seiten. Ich weiß nicht, was die Endschüsse waren. Ich denke, 38 oder 32. Die Torhüter haben was zu tun heute Abend. Wir haben gewusst, es ist ein Derby. Beide stehen gleichmäßig ungefähr in der Tabelle. Und wir haben gewusst, es wird ein hartes Spiel heute Abend. Natürlich, unglücklicherweise haben wir keine Punkte geholt. Aber ich kann unserer Mannschaft nichts vorwerfen. Die haben wirklich alles gegeben und gekämpft bis zum bitteren Ende. Und leider gehen wir mit 0 Punkten wieder nach Hause, nach Augsburg. Aber wir haben noch eine Chance hier zu Hause gegen Wolfsburg am Sonntag bevor die Pause. Und nochmal Glückwunsch an Ingolstadt. Danke. Vielen Dank. Tag, Ihr Statement, please. Ja, ja, gut. Gut, gut, gut. Wow, das ist was derby game ist all about. Very exciting. Our credit, Timmy Regan. Our penalty killings done an amazing job in the last two games. Although we give up the one late, but overall it's been, and sometimes your best penalty killer is your goalie, and Reimers played fantastic. You know, we might feel that Augsburger played really well in the third period and really came at us a lot of speed, and we feel that we didn't handle that that well, but we gutted it out. We gutted it out, so, and sometimes that's what you got to do to get a win, especially at home. So it kind of feels like New Year's Eve. We got three points at home, so we got to feel very happy about ourselves. And, you know, obviously one game left before the break, and it was a big three points for our team, and it's a good feeling to win at home finally. Ich fasse kurz zusammen. Er sagt, genau das ist ein typisches Derby-Spiel gewesen. Er gibt ein großes Lob an Tim Regan, den Co-Trainer, für das Penalty-Killing, das in den letzten beiden Spielen wirklich sehr gut war, auch wenn das Tor von Augsburg im Powerplay gefallen ist. Jochen Reimer hat er fantastisch gehalten. Der AV ist im Drittel nochmal sehr stark aufgekommen. Da hat seine Mannschaft vielleicht den Speed der Augsburger nicht ganz so gut gehandelt, aber trotzdem haben sie den Sieg über die Zeit gebracht und das ist am Ende das, was zählt. Er ist sehr glücklich mit der Leistung und das sind wichtige drei Punkte. Schönes Gefühl, endlich wieder daheim gewonnen zu haben. Gibt es Fragen in der Runde? Keine? Dann wünschen wir unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Für die Panther geht es am Sonntag in Köln weiter und das nächste Heimspiel dann nach der Deutschlandkampause gegen die Grizzlies Wolfsburg. Bis dahin, eine schöne Zeit.